Harte Zeiten schaffen starke Menschen, starke Menschen schaffen gute Zeiten, gute Zeiten schaffen schwache Menschen, schwache Menschen schaffen harte Zeiten. Das ist der ewige Kreislauf, der offenkundig der Fall ist in der menschlichen Geschichte und derzeit, so ist zumindest mein Eindruck, haben wir schwache Menschen teilweise, die viele aber für stark halten, die faktisch dann harte Zeiten schaffen. Und einer dieser Menschen ist Elon Musk, der immer mehr jetzt an den Finanzmärkten mitmischt, schon sich da in dieser ganzen GameStop-Geschichte geäußert hat, gesagt hat, ja, man kann doch nichts verkaufen, was man gar nicht besitzt. Insofern ist Shorten ein ganz übles Ding, da hat der Mann allerdings einiges nicht verstanden. Es gab schon in der Antike die Praxis, Dinge, die man nicht unmittelbar besessen hatte, zu verkaufen und andersrum. Das geht gar nicht anders, wenn man Termingeschäfte macht, fragen Sie mal Landwirte, die spekulieren, nicht spekulieren, sondern die sichern sich ab an den Märkten. Fragen Sie mal die Lufthansa, etwa die mit Kerosin spekuliert, um Risiken rauszunehmen. Fragen Sie etwa mal Silberproduzenten, die sind Short in Silber um, sollte der Silberpreis fallen. Sie dann wenigstens an den Finanzmärkten, ihre Verluste, die sie durch das weniger wertvolle Silber, weniger teure Silber dann erleiden, kompensieren zu können. Also es ist schon ein bisschen Hanebüchen und das von einem Menschen, der im Grunde der Großmeister des Financial Engineering ist, der Blasenerzeugung. Und dieser Großmeister, der hat sich heute wieder aktiv in die Märkte eingewischt bei Twitter. Hat er eigentlich vorher angekündigt, naja, ich werde jetzt eine Twitter-Pause machen, aber nee, war nicht so. Er hat hier zum Beispiel über Dogecoin diese, naja, etwas seltsame Kryptowährung, von der viele sagen, das sei eine Parodie eigentlich auf Bitcoin. Hat er hier getwittert mit den typischen Anzeichen, Rakete etc. Und dann, Dogecoin is the people's crypto. Das ist eine Kryptowährung, die 0,000 irgendwas kostet sozusagen in Dollar. Und er treibt damit nach meiner Auffassung gleich das nächste Casino an, den nächsten Hype an, wie mit GameStop. Jetzt kommt gleich die nächste Chance. Und einer, der das Treiben kritisiert, grundsätzlich in Sachen Short-Handel, der bringt jetzt im Prinzip die nächste verrückte Geschichte an den Start. I am become meme. Sie erinnern sich diese Geschichten um GameStop, AMC Entertainment. Das waren die sogenannten Meme-Aktien. Destroyer of Shorts. Also das scheint seine Mission zu sein, weil offenkundig er nach wie vor irgendwie einen Groll hat, eine Wut hat gegen Short-Seller, die sich allerdings die Finger verbrannt haben, weil sie gedacht haben, da geht es mit rechten Dingen zu. Nein, es geht aber bei Tesla nie mit rechten Dingen zu. Da gibt es ein paar Jungs, die sehr geschickt die ganze Geschichte aufgezogen haben. Und man darf ja eins nicht vergessen, Elon Musk ist der reichste Mann der Welt inzwischen. Er hat ja praktisch sein Einkommen an den Aktienkurs gekoppelt. Dementsprechend hat er ein riesiges Interesse, dass der Aktienkurs nach oben geht. Und man kann durchaus sagen, das ist ihm gelungen. Interessant ist dabei, dass der reichste Mensch der Welt, der eine Firma gegründet hat, diese Firma jetzt im Werte nach oben schießt. Über 800 Milliarden Dollar wert ist, dass diese Firma keinen Gewinn macht, wenn man mal die Subvention durch die CO2-Zertifikate beiseite nimmt, die ja praktisch von Bundesstaaten oder von Staaten gegeben werden. Das heißt, aus dem Kerngeschäft, nämlich dem Verkauf von Autos, macht Tesla keinen Gewinn eigentlich noch nie so richtig. 2020 war das erste Jahr, wo sozusagen bilanziell ein Gewinn verbucht wurde, eben aufgrund dieser CO2-Zertifikate. Also dieser Mann, der treibt jetzt, wenn man so will, Kleininvestoren in das nächste Casino, bei dem sie sich wahrscheinlich die Finger verbrennen werden. Es sind die scheinbar starken Menschen und sicherlich Elon Musk ist eine interessante Figur. Ich habe Biografien von ihm gelesen, habe mich schon mit ihm beschäftigt eine Zeit lang. Es ist schon eben jemand, der genialisch ist, gar keine Frage, der kreativ ist. Und wir haben in Deutschland sicherlich eher zu viel Verwaltungsbeamte als Kreative. Das ist auch völlig richtig. Aber wir sehen eben, dass gerade die Dinge jetzt ein bisschen eskalieren. Und Elon Musk spielt hier eine ganz bedeutende Rolle. Vor einem Jahr war die Marktkapitalisierung von Tesla 75 Milliarden Dollar. Etwas weniger als Volkswagen jetzt hat. Nun kann man sagen, okay, die Firma verkaufte 500.000 Autos. Jetzt ist man über 800 Milliarden Dollar wert. Also mehr als die nächsten oder als die sechs größten Autobauer der Welt zusammen. Ich hatte diese Grafik schon mehrfach gezeigt, weil sie schlichtweg so absurd ist. Da muss also schon eine Zukunft eintreten, die so ideal ist. Da muss alles gut gehen, damit in irgendeiner Form diese Marktkapitalisierung vor allem in Relation zu anderen aus dieser Branche gerechtfertigt wäre. Also Elon Musk ist jemand, der jetzt aktiv mitmischt, der aktiv diese Blasenbildung, aktiv seine Macht ausnutzt, die er hat, die er hier einsetzen kann. Und das ist nicht gerade ein Zeichen von Reife, muss man sagen, was hier passiert. Jemand, der sozusagen Leute, bei denen es wirklich teilweise auf jeden Cent ankommt, in solche Dinger treibt, der ist nach meiner Auffassung nicht jemand, der verantwortungsvoll mit seiner Position umgeht. Aber sei es drum, er ist schon dieser Mann, Keith Jill, etwas verantwortungsvoller. Der hat schon im August 2020 diese ganze GameStop-Geschichte initiiert, wenn man so will, aber wirklich auch mit Research. Hier sehen wir ein Video Weihnachten, um Weihnachten rum, also guten Monate her, ein sehr sanfter Typ. Das ist im Prinzip der Kopf hinter dieser ganzen GameStop-Geschichte, die sich dann verselbstständigt hat. Jetzt GameStop abgestürzt unter 70 Dollar, das ist ein großer Schmerz wahrscheinlich für viele. Und wenn man sich mal den Chart von GameStop anschaut, dann könnte man da durchaus eine Rakete sehen. Allerdings ist diese Rakete dann böse abgestürzt. Der To the Moon ist dann sozusagen, naja, astronomisch eine etwas umgedrehte Geschichte geworden. Wenn wir uns mal anschauen, wer sind eigentlich diese Leute, die in diese Aktien jetzt investiert haben, dann sehen wir, 44% dieser Leute hatten keinerlei Erfahrung oder haben nicht länger als 12 Monate Erfahrung in Finanzmärkten. Das heißt, das sind Newbies, das sind Leute, die sich nicht so richtig auskennen. Dann haben wir 25% dieser Leute haben eine Erfahrung von weniger, von mehr als 5 Jahren. Dass hier wirklich Leute am Start sind, die eine längere Erfahrung haben, ist eher gering gesät. Aber es gibt natürlich diese Leute, es gibt natürlich die Köpfe, die Bloomberg Terminals haben etc. Hier sehen wir mal eine Statistik, wer eigentlich in den USA Daytrader ist, wie alt sind die Leute. Und da sehen wir hier, die sind meistens zwischen 18 und 35. Vor allem in dieser Altersgruppe 26 bis 30, das sind diejenigen, die hier zocken in solchen Aktien. Nur 10% sind älter als 41. Ich bin ja auch ganz knapp über 41 und bin dementsprechend schon ein Steinzeitboomer, könnte man sagen. Also ich kann mich ja teilweise noch ganz schämienhaft an den Ersten Weltkrieg erinnern. So alt bin ich schon. Dementsprechend muss man sagen, also es ist klar, dass man dann nicht mehr mit Aktien spekulieren kann. In meinem Alter ist das schon echt saumäßig schwierig. Aber gehen wir weiter. Was ist dann da eigentlich passiert? Wir sehen hier AMC und COS. AMC ist ja auch so eine Meme-Aktie, die nach oben gepusht wurde. Kinobetreiber und COS sehen wir hier. Da haben die Insider, also diejenigen, die Führungspositionen in diesem Unternehmen haben, haben diesen Kursanstieg genutzt, um schön ihre Aktien zu verkaufen. An diejenigen, die eben sich nicht wirklich mit dem Spiel auskennen und dann zu hohen Preisen gekauft haben, die sitzen jetzt auf extremen Verlusten. Game over, thank you for playing. War schön, dass ihr dabei wart im Casino, aber leider habt ihr verloren. Und jetzt muss man eben warten, bis der nächste Scheck kommt. Jetzt muss man warten, ob diese 1400 Dollar nochmal kommen durch den nächsten Stimulus-Scheck oder wie die ganze Geschichte weitergeht. Ich vermute, das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Das wird jetzt nicht so schnell passieren. Gleichwohl, die Märkte euphorisch. Warum? Weil man eben gesehen hat, okay, da war eine riesige Angst im Markt plötzlich. Eine Angst, die so groß war wie im März 2020 in der ersten Corona-Welle, als die Märkte gecrasht haben. Da dachte man, okay, jetzt kippen Hedgefonds. Das kann Domino-Effekte haben, die wir gar nicht mehr kontrollieren können. Und dann dementsprechend haben versucht, die großen Player sich abzusichern, haben Putz gekauft. Dann sah man zu Beginn der Woche, oh, die werden nicht umkippen. Das werden die schaffen. Dann hat man diese Putz verkauft, hat damit auch den Wix massiv nach unten gebracht. Also die Wohlererwartung für den S&P, respektive die S&P 500 Aktien in den nächsten vier Wochen. 39% in den letzten drei Tagen gefallen. Das ist mal ein Move. Und wenn wir sehen, der Margin Debt, also die Hebelung, die bei den Spekulanten oder Investoren hier der Fall ist, ist so hoch wie noch nie, ist jetzt sogar ein Stück höher als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase und höher als kurz vor der großen Finanzkrise. Also man kann sagen, da sollte besser nichts schief gehen. Und wenn wir uns mal die NAIM-Exposure anschauen, das ist praktisch die Vereinigung der amerikanischen Vermögensverwalter, die eben ihre Mitglieder befragen, ja, wie bist du denn investiert? Und dann ist die Quote weit über hunderte Prozent. Man hatte in der letzten Woche die Geschichte ein bisschen zurückgefahren, eben aus Angst, dass da Hedgefonds kippen, um sie jetzt wieder nach oben zu fahren, weil man sagt, diese Gefahr ist vorbei, also gehen wir rein. Und wir sehen, dass dann zum Beispiel heute der große Gewinner, wieder der Russell 2000, dieser Nebenwerteindex, der von dieser Reflationsidee profitiert, also die Nachfrage wird steigen, weil die Wirtschaft sich stark erholt. Dementsprechend, wenn Wirtschaft sich erholt, wenn Nachfrage steigt, werden die Löhne steigen. Der Mix führt zu Inflation und dann gibt es bestimmte Branchen, die von dieser Inflation angeblich profitieren. Ich glaube, das Gegenteil wird der Fall sein, aber sei es drum. Aber wir sehen nochmal den Satz von Robert Kaplan, dem Chef der Dallas-Vert, der gesagt hat, there are consequences and side effects of injecting that amount of liquidity. Und hier sehen wir beim Russell 2000, diese Viagra-Werbung geradezu in diesem Chart, die ist nicht mehr zu übertreffen. Wir sehen auf der anderen Seite, und das ist interessant, dass diejenigen Fondsmanager, die Portfolios betreuen, die bestehen aus Aktien und Anleihen, die Aktiengewichtung relativ stark zurückgefahren haben. Und es könnte sein, dass die jetzt, wenn die Märkte noch weiter steigen, dann nochmal gezwungen werden, reinzugehen. Allerdings mit der Kotztüte wahrscheinlich unterm Tisch, würde ich vermuten. Jedenfalls sehen wir, dass die Bewertungen natürlich extrem sind an den Märkten, vor allem an den US-Märkten. Beim DAX ist das ja nochmal eine andere Geschichte, wo der jetzt auch schon am Allzeithoch knabbert. Gute Siemens-Zahlen etc. heute. Wir sehen, dass jetzt diese vier Firmen, Apple, Microsoft, Amazon und Google, die bringen 7,1 Billionen Dollar auf die Waage. Das ist mehr als jedes andere Land an BIP auf die Waage bringen kann, außer die USA und China. Also, diese vier Firmen wären sozusagen die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das ist eine lustige Geschichte. Aber jetzt ist die Frage, was passiert mit dem Dollar? Der wird immer stärker. Ich hatte das heute Morgen im Video thematisiert. Wir sehen Abverkäufe bei Gold, Silber, diesen Edelmetallen, die jetzt richtig unter Druck kommen. Wir sehen, dass die Rendite für die 10-jährige US-Staatsanleihe tendenziell steigt. Und darauf weist auch jetzt die Bank of America hin, die sagt, ja okay, China, es gibt keine Alternative. Aber wir erwarten, dass die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen auf 1,75% ansteigen Ende des Jahres. Also, dass die Renditen weiter steigen. Dann aber gäbe es eben eine Alternative. Denn Aktien werden jetzt nicht gerade billiger derzeit. Und bei den Staatsanleihen hat man eine vergleichsweise sichere Rendite, eben wenn die jetzt immer weiter nach oben geht. Also, das ist dieses Motiv. Zu stark steigende Renditen für Staatsanleihen, wie auch ein zu starker Dollar, könnte diese Party dann beenden. Und ja, es gibt Anzeichen für Inflation. Wir sehen hier Shanghai Container Freight Index. Der steigte massiv an. Es gibt schlichtweg zu viel, zu wenig Container, weil eben die Räder rein, teilweise die Container ausgemistet haben in Corona-Zeiten. Auch schon davor. Weil diese Container an der falschen Stelle sind, am falschen Teil der Welt sind. Weil man Schiffe erstmal stillgelegt hat, die muss man jetzt wieder aktivieren. Das geht, aber bis die Container da sind, das dauert. Dementsprechend steigen die Preise oder sind die Preise in letzter Zeit stark gestiegen für diese Transporte. Und dementsprechend eben viele Firmen betroffen von Lieferschwierigkeiten. Acht Prozent der produzierenden Firmen haben derzeit Schwierigkeiten zu liefern. Das ist schon eine gewaltige Summe und das ist relativ inflationär. Und etwas anderes, was heute aus den USA kam, ist interessant. Wir sehen, die Produktivität im vierten Quartal ist um 4,8 Prozent gefallen. Das ist der stärkste Rückgang seit dem Jahr 1981. Da werden sich nur noch Boomer an dieses Jahr erinnern. Ja, die ist praktisch, die damals schon gelebt haben. Damals gab es noch kein Farbfernsehen und so. Das war alles noch schwarz-weiß. Also, damals war ja auch Bayern München noch nicht Serienmeister. Das muss man auch einmal sagen. Gut, die 70er waren nicht so schlecht für die Bayern. Aber wir sehen, dass das also deutlich schlechter war als erwartet. Und wir sehen, dass die Lohnstückkosten deutlich gestiegen sind. Eben 6,8 Prozent. Und damit hat man die Verluste, die im vorherigen Quartal angefallen sind, fast wieder aufgeholt. Also, das sind schon Anzeichen inflationärer Tendenzen, könnte man sagen. Kommen wir abschließend noch nach Deutschland. Wir hatten heute den Börsengang von Auto 1 erfolgreich. Natürlich viel höhere Preise erzielt. Dann die Aktie deutlich gestiegen. 45 Prozent. Man hat 1,8 Milliarden Dollar hier mit diesem IPO erzielt. Der größte Börsengang seit Oktober 2019 in Deutschland. Und es gab im letzten Jahr nur 20 Börsengänge. Also, Deutschland war nicht gerade IPO-Land. Die Amerikaner über 400, die haben richtig hier zugelangt. Und abschließend noch ein Hinweis. Wir haben mit der Trade Republic gesprochen in diesem Umfeld. GameStop und so weiter. Trade Republic konnte ja teilweise wie Robin Hood nicht mehr den Handel mit GameStop anbieten. oder musste ihn begrenzen. Wir haben einen Artikel heute geschrieben, auf den ich Sie hinweisen möchte bei Finanzmarktwelt.de. Ich werde den auch unter das Video posten. Hoffentlich vergesse ich das nicht. Boomer sind teilweise schon ein bisschen schwach, was die Erinnerung betrifft. Dementsprechend versuche ich mich daran zu erinnern, dass ich diesen Artikel unter das Video auch bei YouTube poste, sodass Sie den sich mal durchlesen. Das ist, finde ich, etwas, was die Dinge sehr gut auf den Punkt bringt. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend. Und das sage, to the moon, Elon Musk, vielleicht gleich zum Mars. Vielleicht finden wir noch einen anderen Planeten oder Asteroiden, auf den wir fliegen könnten. Elon macht es bestimmt möglich. Schönen Feierabend. Servus. Ciao.